Ich zeige euch, wie ihr mit PixArt Color in 5 Minuten eine tolle Landschaft malen könnt. Macht euch eine neue Leinwand auf, wählt euch dann so einen hellrosanen Ton aus, geht unten links auf das Füllwerkzeug, befüllt euch das Ganze erstmal. Dann macht ihr euch eine neue Ebene oben drüber auf, wählt euch eine dunklerrosane Farbe und mit dem Pinsel malt ihr vorne erstmal so eine Wiese hin, befüllt die mit dem Füllwerkzeug. Dann malt ihr Linien von unten nach oben, sind quasi eure Baumstämme, es kann kreuz und quer sein. Und in die Baumkronen tragt ihr dann schon ordentlich schöne Farbe auf, könnt noch ein paar Äste machen hier und da, ein paar Blätter. Links macht ihr einfach dünne Linien für das Gras. Dann auf einer neuen Ebene in den Hintergrund einfach hier so Bergformen, die ihr auch befüllt. Dann malt ihr auf einer neuen Ebene hier so ein Häuschen hin, irgendwie so ein Hexenhäuschen oder sowas. Das befüllt ihr dann halt eben auch. Dann geht ihr auf diese Formen und malt hier so eine quadratische Form. Oben dann noch den Mond, hier so ein bisschen Rauch, was da rauskommt. Deckkraft setzt ihr runter von der Ebene und fertig ist euer schönes Bild. Viel Spaß!